Ja, ist schon ziemlich lässig. Was ist los? Bist du eifersüchtig oder was? Soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Warte mal kurz. 15 Minuten hätte ich noch einen Start frei für dich. Falls du mal was lernen willst. Opfer. Bis zum nächsten Mal. When we're 20, we'll have plenty with no worries, cause we'll have money in the bank. And it's all a game of numbers, it's all a game of numbers. Ey, Faye, kann ich bei dir Mathe abschreiben? Hallo, Realität an Faye. Hallo. Mathe abschreiben? Klar, warte. Warte, warte. Wirst du denn schon wieder mit deinen Gedanken? Willst du das wirklich wissen? It's all a game of numbers. It's all a game of numbers. Remember things getting darker, wishing for some laughter, fights getting longer, world's getting stronger every time. Can we run from here? Remember tension rising? So it's not surprising how it all ended. No one could have meant it you by then. But I still would pray. Mathematik. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig Mathematik ist. Wie verwegen die Wurzel aus drei. Wie sexy Einbruch. Wie wunderschön das Dividieren. Wisst ihr, was Dividieren mit mir macht? Was macht das Dividier mit mir? Was macht das Dividieren? Magst du eigentlich Paul? Nein. Oh Gott. Was ist los? Jetzt? Oder nie? Wenn du unbedingt willst. Komm. Ich zeig dir mal, wie das richtig geht. Was macht das Dividier mit mir? Was macht das Dividier mit mir? Ich hab Liam beim IHawk-Fahren so fertig gemacht. Es war so cool. Und? Findest du im Moment irgendjemanden süß? Ja, da gibt es schon jemanden. Und du? Äh, weißt du, was ich süß finde? Lekker. Boom, boom. ... ... Vielen Dank.